So, hallo, heute habe ich den Chrissi hier von Divesport München. Guten Morgen, Chris, grüß dich. Guten Morgen, Björn. Guten Morgen. Wie ist denn das Wetter bei euch in München? Super, perfekt, Sonnenschein, passt. Okay, da habt ihr besseres Wetter als wir. Hier ist es heute tatsächlich ein bisschen regnerisch. Chris, heute würde ich mich gerne mit dir über das erste Urlauber- und Tauchertreffen unterhalten. Das findet ja schon am nächsten Wochenende, nämlich am 12. März, bei euch im Laden statt. Erzähl doch mal kurz, was erwartet mich denn da? Ja, nächsten Samstag geht es los bei uns um 14 Uhr. Ein schönes Programm haben wir für euch, für alle Tauch- und Urlaubsbegeisterten. Es gibt zahlreiche Vorträge, da ist für jeden was dabei. Da könnt ihr euch alle was aussuchen, eine coole Tombola und weiteres, runden das Programm ab. Also kommt es einfach, es wird euch gefallen. Das glaube ich sofort. Und ich bin selber auch vor Ort, zum Glück, freue ich mich auch schon riesig drauf. Und Chrissi, ihr plant ja dieses Jahr auch eine Gruppentour nach Elber, eine Gruppenreise nach Elber. Warum habt ihr euch denn für Elber entschieden? Ja, weil Elber natürlich eines der schlimmsten Tauchgebiete im Mittelmeer vorzuweisen hat. Es gibt dort einen wunderschönen Nationalpark. Und für mich ist natürlich auch immer super wichtig, dass für Anfänger und Fortgeschnittene was dabei ist. Und ja, deswegen ist das natürlich eine super Adresse für uns Taucher, bei dir da vorbeizukommen. Das ist schön, da freue ich mich auch riesig drauf. Ist ja leider noch ein bisschen hin, ist ja erst im Oktober, vom 22. bis 29. Oktober. Ja, aber natürlich ist die Reise direkt buchbar. Und ja, ich bin natürlich auch im Laden dabei, um alle Fragen zu beantworten, die Reise betreffend. Und ja, ich würde mich freuen, euch zahlreich begrüßen zu dürfen in München. Jawohl, ja, wir freuen uns auch total auf dich. Ja, auf alle, die kommen. Und ja, ich glaube, wir können schon für einen lustigen, spaßigen und interessanten Nachmittag garantieren. Prima, Cassie. Prima. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und wir sehen uns nächsten Samstag hoffentlich in München alle. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Damitig. Vielen Dank.